Musik Bist du dir sicher, dass es klappt? Ja, ich hab die besten Kontakte unter den sieben Weltmeern. Welche denn? F88-0, wer sonst? Ich hoffe, die verorschen uns nicht. Okay, Dick Sparrow, es ist Zeit für die Blutrache. Ey, ist das nicht ein Song von Sido? Bushido, Van Hitler, schick das auf Bratencubes. Yeah, ich saug's mir. Ich will euch ja nicht unterbrechen bei eurem schnückeligen Gespräch. Aber welche Rolle spiel ich? Du hast damals David Jones getötet, nicht wahr? Check, du Arschloch! Schön, dass man da hundert zählt! Wer David Jones tötet, kann ihn noch zurückbringen. Wir brauchen deinen Blutjack. Wenn mich einer von euch Idioten anfasst, den kötze ich den ganzen Rest rum, der noch in meinem Körper vorhanden ist, inklusive dem Rest Sperma von letzter Woche, auf euch drauf. Ui, da ist ja meins dabei. Scheiß drauf, wir fangen an. Geistes David Jones, erhöre mich! Ich bringe den Rick, dafür kehre ich zurück! Halt! Dafür braucht ihr doch aber eine jungfräuliche Seele. Und ich bin sie nicht. Ich auch nicht. Geht, Kuscheltier auch? Hallo Jack, ich möchte ein Spiel spielen. Benutze dieses höchige Teil, was vor dir liegt. Die Säge? Was soll ich denn mit der Säge machen? Du sollst dir Fuß absägen. Sägen, sägen, sägen. Oder du nimmst die Koffer, Jok. Wir auch noch dir. Deal! Jok, danke. Hilfreich! Warum bist du nicht tot? Ich habe von einer alten Zigeunerin einen Knopf geklaut. Ich kann nicht sterben. Was zum Teufel? Das ist genau mein Sprichwort. Ups. Ich bin so schnell, Mr. Sparrow. Doch. Aua, mein Auge ist weg! Schwanz! Wer will jetzt mal was von mir, hä? Ihr kleinen Pisser. Oh. Der Koffer! Ups. Nein! Du hast den Dolch zerbrochen und damit den Sand der Zeit freigesetzt. David Jones wird wiederkehren! Ja! Ja! HBox- und rum rum Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was seid ihr für Opfer? Wo ist Jack? Wir sind zwei Piraten. Wir haben dich zum Leben erweckt. Wir wollen dir dienen. Okay, ihr Motherfucker. Könnt ihr. Aber zuerst wieso einen Jack finden und die töten. Durchstest du den Tod? Ich habe einen alten Darm in den Knopf gestohlen. Ich kann nicht sterben. Hallo Jack. Hallo Tia Dalmas. Huch. Ich habe ein Problem. Sonst würde ich nicht in dieser finsteren Nacht mit Regengüssen zu dir kommen. Hast du wieder deine Identität verloren? Nein. Warum? Ach, ich habe mich vertan. Das war Jason Bourne. Ich habe ein Problem. Davy Jones ist zurückgekehrt. Aber ich habe doch den Deut versteckt. Ich habe ihn geklaut. Woher? Äh, ja, äh, von dir? Du Idiot. Wir müssen Davy Jones töten, bevor er dich tötet. Du bist allein zu schwach. Äh, wie sieht es aus mit Inception? Ich kann ihn dazu bringen, sich das Herz rauszuschneiden. Irgendwer wird es dir dann bringen. Okay. Also pflanze ihn den Gedanken ein, dass er sich das Herz rausschneidet. Und dann wird es ein Dieb sozusagen. Lieber ein Dieb wird mir das dann bringen. Richtig. Ja, Mr. Church wird einen Dieb auswählen. Okay. Und wann können wir jetzt anfangen? Naja, jetzt. Gib mir das Schlafmittel. Okay. Dieser Typ hat mir fast das Bein gepinkelt, als er über eine kreisige Freund stand. Ah, das kenne ich. Aber wir können sich entscheiden, ob sie leben oder sterben wollen. Hm. Großzügig. Ah, nicht immer. Wie ist jetzt eigentlich der Deal? Wir warten doch auf jemanden. Er ist gleich da. Ah, John Kramer. Ah, Johnny fucking Vang. Siehst gut aus. Wie geht's da? Ah, gut. Hast du abgenommen? Ne, nachdem deine Falle mir fast alle Gedärme rausgerissen hat. Ja, schon. Ah, du warst krank. Ich musste dich heilen. Und außerdem hatten wir hier nichts außer Blech gefunden. Ich fang jetzt auch nicht ein, als gegenseitige Fenster zu lutschen. Wie kennen wir David, Schatz? Richtig. Wie lautet der Auftrag? Kennt einer von euch David Jones? Nein. Ja. So ein Typ mit Tentakeln. Wer ihn tötet, kriegt die Black Pearl. Kennt ich aus Geschichtsbüchern. Du solltest mir lesen. Danke. Süchtig. Einer von euch soll ihn betäuben, so dass er schläft. Wenn er aufwacht, wird er sich das Herz drauf schneiden. Was er dann zu Mr. Spurro bringt. Glaub so weit? Mit einer eigenen Armee geht das. Nur Vollidioten würden so einen Auftrag annehmen. Wie viel? Na, sag ich ja schon. Ich habe heute noch viel zu tun, aber ich würde dir gerne meinen Freund vorstellen. Er liebt Aufträge, wo er anderen die Gedärme rausreißen kann. Richtig. Ja, richtig. Wie sollten wir essen gehen? Wann? Wenn du tot bist. Zu spät. Was ist das für ein Problem? Er wollte mal benachfällig werden. Wann geht's los? Jetzt. Dann lass die Spiele. Beginnen. Lali Lu. Nur der Mann im Mund. Schaut zu. Wenn die Kinder schlafen wollen. Weiter weiß ich nicht. Oh, Terry Jones. Ist dein Penis schon größer geworden? Ja, der ist so groß, der wächst mir schon aus dem Gesicht. Aber du bist immer noch so flachbrüstig in der Ozean. Kennst du noch die Zeit, wo wir zusammen waren? Wir können dich das vergessen. Doch. Liebe dich. Ich dich auch. Aber wir können nicht zusammen sein. Doch. Du musst dir nur das Herz rausschneiden. Da ist ja so ein beschissenes Kunstherz. Na und? Hatte Chef Köln das auch? Was soll ich denn jetzt tun? Guten Abend. Was willst du jetzt tun? A. Das Herz rausschneiden. B. Das Herz behalten. C. Die Alte abblitzen lassen. D. Sie ficken. Du hast einen Fifty-Fifty-Joker. Einen Telefon-Joker. Und den Publikums-Joker. Ist keins da, fällt weg. Fifty-Fifty fällt weg. Telefon fällt weg. Was willst du jetzt tun? B, C und D fällt auch weg. Was willst du jetzt tun? Du steilest dir das Herz raus. Dankeschön. Okay. Ich tue es. Ich kann es doch auch tun. Ah. Freddy Kröger. Scream. Also ich bin weg. Dr. Fu, mein Schuh macht's besser. Okay, dann operiere ich dich, du geile Sau. Baby, was passiert? Wir wurden angegriffen. Oh nein. Ich muss mir das Herz rausschneiden. Das habe ich ja noch aus meinem Traum. Auch jemand, auch jemand ne Kühlbox? Nein. Nein. von wegen hundert tausende armeen scheiß johnny fucking weng das ist ein echtes herz brauchen wir noch ein herz? ne nachher johnny fucking weng hatte so schein ich hab schon wieder geklaut ich brauche es das ist so schein ich hab schon wieder geklaut